Quinoa-Bau mit Süßkartoffeln. Süßkartoffeln würfeln und jetzt kommt Öl dran. Dann mit Salz und Pfeffer würzen, Tomatenmark dazugeben und jetzt wird das Ganze vermischt. Süßkartoffeln auf dem Blech verteilen. Die werden jetzt goldbraun gebacken und dann schneiden wir die Zucchini in dünne Scheiben. Öl in eine Schüssel geben, Salz dazugeben, den Saft einer halben Zitrone dazu, Zucchini marinieren, Apfel in Würfel schneiden und die Petersilie fein hacken, mit Salz und Pfeffer abschmecken und den Quinoa kochen wir jetzt in gesalzenem Wasser gar. Dann können wir anrichten. Bäm, dieses Quartett kann was.